Berechne die Summe der 5000 ersten natürlichen Zahlen verschieden von 0. Es handelt sich hier also um diese Zahlenfolge und wir sehen 1 plus 1 macht 2 plus 1 macht 3 plus 1 macht 4 und immer so weiter. Das ist also eine arithmetische Zahlenfolge, für welche wir diese Formel zur Verfügung haben. Hier wird die Summe dieser 5000 Zahlen gefragt, also wenden wir die Summenformel an. In dieser Formel ersetzen wir n dann und dann durch 5000, dann ersetzen wir t1 durch 1 und tn ebenfalls durch 5000. So erhalten wir diese Rechnung. Die Summe der 5000 ersten Glieder dieser Zahlenfolge wird also berechnet durch diesen Bruch. Und dieser Bruch ergibt diese Zahlen. Schon ist die Aufgabe erledigt.